Im sechsmaligen englischen Fußballmeister FC Chelsea droht für das Europa-Liquet-Finale am Mittwoch gegen den Startrivalen FC Arsenal der Ausfall seines Weltmeisters Golo Kante, wir versuchen ihn noch fit zu bekommen. Es ist keine große Verletzung, aber das Timing ist sehr schlecht, sagte Teammanager Maurizio Sarri am Dienstag. Kante hatte am Wochenende im Training einen Schlag auf das Knie bekommen, nachdem er gerade erst von einer Oberschenkelbläsur zurückgekehrt war, ohne ihn haben wir ein Problem. Er ist sehr wichtig, weil er unser einziger echter Defensivspieler im Mittelfeld ist, erklärte Sarri weiter, wir sind Chelsea und wollen Titel. Die Blues, die im Halbfinale Eintracht Frankfurt ausgeschaltet hatten, könnten eigentlich befreit aufspielen, der Einzug in die Champions League ist, anders als bei Arsenal, über die Liga schon gesichert. Aber wir sind Chelsea. Wenn wir in eine Saison starten, sind Titel das Ziel, stellte Abwehrspieler Cesar Aspilicueta klar. International hatten die Londoner zuletzt 2013 eine Trophäe gewonnen, ebenfalls die Europa League. Wir wollen das wiederholen, erklärte Abwehrchef David Luiz, wir sind Chelsea und wollen Titel, let's block it's. Why?